Hallo hier ist euer Xabotchen und wir spielen eine Runde Orgs Must Die 3 und zwar zum ersten mal endlos in den Küstenkorridoren. So der Plan und die Karte dazu sieht so aus. Die kommen von hier, also die und die kommen alle von hier. Das heißt wir müssten, ne die kommen auch von da, aber die können hier umkommen. Okay. Hier zu machen, hier zu machen und alle hier lang. Hier zu machen, hier zu machen. Ne geht das überhaupt? Hier zu machen, hier zu machen. Wir müssen uns das mal angucken. Ich muss da gucken, wo wir gut arbeiten können. Wir gehen mal rein. Gucken uns mal die Gegend an. So, fortsetzen. Also. So, wo ist das? Hier ist mein Restraum. Hier ist mein Restraum. Die kommen von hier. Könnt ihr theoretisch noch einen anderen Weg gehen? Das heißt ihr könnt. Ihr kommt von hier. Ihr kommt von hier. Und ihr kommt von hier. Und ihr kommt von hier. Das heißt ab hier. Ab hier seid ihr zusammen. Bis hier rein. Das heißt, wenn ich hier zu machen. Also hier zu machen. Und hier zu machen. Dann müssen sie alle von hier gucken. Dann schleichen sie sich trotzdem durch, ne? Das muss dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wenn ich hier zu machen. Und hier zu machen. Dann müssen alle hier lang kommen. Das heißt hier. Ja, hier links, 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 links. Sehr schön. Hier ist noch eine schöne Ecke mit Decke. Relativ viele Wände. Relativ viele Wände. Die laufen erstmal nach da gucken. Bevor sie hier lang laufen. Das ist auch gut. Die rennen auch welche nach hier. Ja. Die rennen auch welche hin. Bevor sie hier lang laufen. Okay. Gut, dann würde ich... Dann würde ich den Feuerschaden wahrscheinlich über Pfeile machen. Den Feuerschaden über Pfeile, den Arcane Dinger raus und den Fußboden dafür Arcane machen. Ja, das klingt nach einem Plan. Okay, also... Das Problem ist, dass ich das hier nicht ändern kann. Das heißt, ich muss einmal zurück. Nicht erneut zu verlassen. Ja. Und dann hier. Und dann... Ne, das nicht, warte. Da, du kriegst Arcane schon. Die Schneekanone kann Säure. Aber Säure platziere ich auf dem Boden, oder? Wenn ich die Schneekanone mit Säure schießen lasse, dann brauche ich theoretisch die Säureplatte nicht. Den Säure geysir. Wir benutzen Feuerpfeile. Wir benutzen Elektro... Deckenlaser, Deckenlaser klingt total gut, da haben wir Laser, Laser verursacht Feuerschaden, zusätzliche Laser, Blitzschaden ist das. Finde ich eine gute Idee. Okay, also... Wollen wir mal Vorbereitung. Der kommt raus, Laser kommt rein, dann der kommt raus, dafür kommt die Pistole rein. Säure, physisch, Elektro, Feuer, Licht, Verwirrung, Säure, physisch, Elektro, Feuer, Licht, Verwirrung, die Pfeile wollte ich noch mitnehmen. Die Pfeile anstelle von... na toll. Anstelle von Laser... Ich glaube die Sägen werden diesmal nicht viel bringen... Das macht Feuer... Die Pfeile machen auch Feuer... Ich kann ja entweder die oder die nehmen... Ich bin so unsicher... Ich bin so unsicher... Ich bin so unsicher... Oder ich nehme doch die mit und verursache Erkannen schon... Okay, dann muss ich leider nochmal... Die Brems... Die Bremstones... So Arcane machen... Ausgelöstet... Arcane... Gut... So, jetzt... Haben wir's... Alright... Schauen wir mal... Fortfahren... Also... Alle kommen... Hier lang... Dann... Also... Jetzt muss ich erstmal hier vorne falten... Wir machen mal... Wie viel kann ich hinsetzen... Wie viel kann ich... Ich kann ja vorstellen... Nur eine Maschine... Ich kann ja gar nicht schlafen... Ich kann das machen... Alle kommen nicht... Du bist... Du bist... Wir gehen... Das ist... Das ist... Du bist... Du bist... Ich kann... Du bist... Elektrofeuer. Legen wir los. Legen wir los. ok so jetzt machen wir das gleiche nochmal hier Elektro, Feuer, Arcane, Laser geht nicht, Säure, kriege ich ihn irgendwo ran Hier werden sie fallen Einer davon hierher Ja, ich bin bereit Da kommen weitere Feinde Jawohl Ein weiteres Tor wird angegriffen Vorsicht, unsere Verteidigung wurde erneut besprochen Da kommen sie Ich hab die Säure noch gar nicht schießen Jetzt da spritzt die Säure Nächste Welle Jetzt halt nur einen, ne? Da kommen weitere Feinde Eine weitere Bedrohung Überwunden Sie greifen die Barrikade an Die Säure Die Säure Die Säure Die Säure Nicht genug Münzen, okay. Das muss ich vorher machen. Shit. Das hätte ich vorher machen müssen. Da kommen weitere Feinde. Eine Barrikade wird angegriffen. Sie greifen die Barrikade an. Es gibt keinen besseren Ablass. Hier ist nicht du lachst. 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 Ein würdiger Gegner. Zwiebel schon fertig? Das sollte funktionieren. Sehr gut. Das sollte funktionieren. Hier werden sie fallen. Okay, ich glaube, das kann weg, will ich noch Geld, das kann weg. So. 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 hier ist die Valle Das Monster ist besiegt. Das Monster ist besiegt. Das Monster ist besiegt. Eine Barrikade wird angegriffen. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Oh! Au! Los, noch weiter! Das Monster ist besiegt. 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 Oh, das war eine Herausforderung! Okay, das muss ich besser hinkriegen. Ich werde dieser Kreatur nichts nachtrauern. Pure Perfektion! Ich werde dieser Kreatur nichts nachtrauern. Okay, das löst das Problem. Das löst das Problem. Keine Sache. Eine Barrikade wird angegriffen! Autsch! Eine weitere Bedrohung überwunden! Eine abscheuliche Kreatur ist tot! Ach, das war schon falsch gesetzt! Das war jetzt, dass wir die Blut. Das muss nicht der letzte gewesen sein. Ein fürniger Gegner. Der blut wird das ganze. Einer war von hierher. Das Monster ist besiegt. Alright, mehr Geld haben wir nicht, aber ich muss das so machen, um sicherzustellen, dass wir nicht wieder von den Sprengern erwischt werden. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Ich würde auch bei den anderen Barrikaden oben auch noch mal Arcade hinstellen. Sicherheitshalber. Also hier vor die Barrikaden. Das war eine Herausforderung. Das bekomme ich nie aus meiner Rose. Wir greifen die Barrikade an. Nein! Eine Barrikade wird angegriffen. Ich halte euch auf. Das hat wehgetan. Und einer habe ich noch. Wo ist er denn noch? Woop! 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 Ah! Ich vollposten! Sie greifen die Barrikade an. Sie greifen die Barrikade an. Ne, das ist der Quatsch, hier soll das Arcane hin, das war der Plan, so zu machen, damit nicht die Barrikaden erwischt werden. Ne, das ist der Quatsch, hier ist der Quatsch, hier ist der Quatsch. Ne, das ist besser. Ne, das ist besser. Ja, ich denke, so. hier mache ich noch so ein Elektro-Dinger ein gut ok 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 der Geldsack kommt so 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 Das war's für heute. also das mit den kreischenden Sprengern funktioniert ganz gut im Moment Mr. Moneybag I want my moneybag so 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 Läuft Fertig Läuft Das soll anderen eine Lehre sein. Das war eine Herausforderung. Leucht, 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 leucht! Und tschüss, gelber Punkt. Da kommt wieder Kreisch, ne? Ja. Eine Musik wird angegriffen. Das bekomme ich nie aus meiner Rose. Boom, 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 boom. Nicht da Geld rum? Ja, hier liegt Geld rum. Nehmen wir mit. Oh, scheiße. Sie greifen die Barrikade an. Ja, hab ich gesehen. 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 Ein- und Kombos sind eigentlich ziemlich gut. Immer so. Mal 7, mal 8, mal 4, mal 5. Das Monster ist bisher sortiert die wieder auseinander. Eine weitere Bedrohung überwunden. Eine Barrikade wird angegriffen. Ich kann mich jetzt mal kurz heilen. Ich bin gut. Die Barrikale ist ziemlich kaputt hier 3000 Können gleich die nächsten Laser reinbasteln Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauern Das bekomme ich nie aus meiner Rose Wird eigentlich noch Geld rum? Ja Gib mal das Geld hier so lange Okay Alright, alright Wird nicht Das wird nicht der letzte gewesen sein nö aber er repariert das wieder von alleine so das heisst zwei barrikaden und laser bitte pure perfektion dann hätt ich gerne hier nochmal feuerpfeile das ist gut gefällt mir, so na denn das sollte Spaß machen das sollte Spaß machen da kommen weitere Feinde ja 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 so leute mit Das war eine Herausforderung! Das Monster ist besiegt! Sprenger! Eine abscheuliche Kreatur ist tot! Jawohl, ja! Das denke ich auch. Wie weit reicht der? Ich glaube es ist da. Krieg ich den jetzt mal? Krieg ich den jetzt mal? So, ich wollte noch ein bisschen mehr Sicherheit für den Fall der Sprenger. Was sollte noch ein bisschen mehr in der Seite etwas schuldigen? Sicher, ich werde nichts mehr. Ja! Du kannst mir jeden Fall mehr zu mir vorstellen. Hier ist als nächstes dran. Da, der ist durchgekommen, der Sprenger. Der Sprenger ist durchgekommen, die Barrikade ist halb durch. Ich muss meine Barrikaden besser schützen. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Der Sprenger ist durchgekommen. Der Sprenger ist durchgekommen. Hier werden sie fallen Da kommen weitere Feinde Okay Die eine Seite habe ich schon mal Och, ich hätte die Barrikaden reparieren müssen Ich hätte die Barrikaden reparieren müssen Nein Sind die halb Schrott Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauern Du lieber Hipp Ich werde dieser zum Herzen Das bekomme ich nie aus meiner Robe Das ist unsere Schwachstelle hier. Das ist unsere Schwachstelle. 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 Wenn wir durchbrechen, dann haben wir direkt verloren. Das ist unsere Schwachstelle. 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 Wir wurden hier rüber geschubst und sind direkt hier oben angekommen. Nein, wir haben eine Barrikade zerstört. Das verrate ich nicht, wer das macht. Die Barrikade fähigt, für zwei, drei. Immer mehr. Dann ist es nur eine Barrikade in einem reconstructischen Fall. Der ist als nächstes dran. Ich werde dieser Kreatur nicht nachtrauern. Da kommen weitere Feinde. Das Monster ist besiegt. Eine Barrikade wird angegriffen. Kennt ihr mich noch? Eine weitere Bedrohung überwunden. Das war eine Herausforderung. Eine abscheuliche Kreatur ist tot. Ein würdiger Geister. Das muss nicht der letzte gewesen sein. Das sollte funktionieren. Eine abscheuliche Kreatur ist tot. Ich werde diese Kreatur nicht nachfrauern. Mir ist als nächstes dran. Ich mache das nicht sauber. Ich mache das nicht sauber. Schau auf. Ich werde das nicht nicht sauber. Eine weitere Bedrohung überwunden. quienes sie sagen. Das war eine Herausforderung. Ich bin glücklicherweise. Da kommen weitere Feinde. Das Monster ist besiegt. Das war's für heute. Es ist der letzte Mal! Nein! 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 Wir haben die Hälfte unserer Risspunkte verloren! Ich komme nicht! Unser Riss verschwindet! Noch! Oh, boah! wie habt ihr denn das hingekriegt die barrikade zu zerstören shit wir müssen da auf jeden fall mehr absichern so viel sei gesagt 18 wellen 18 wellen und ich möchte gerne das hier haben verursacht eisschaden jawoll achso ne muss ich erst 1500 schaden machen ok gucken wir nochmal die statistik an anzahl kombos getötete 2400 kombo 1,7 von 1,9 oh ist in Ordnung jut 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 wir werden es nochmal machen und beim nächsten mal werden wir deutlich besser sein ich werde ein paar sachen noch anders machen ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat gerne noch ein däumchen da lassen und kommentare gerne gesehen konstruktive natürlich und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin tschuri euer Sabotchen reingehauen bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin